Wie witzig, wo geht das nun? Na ja gut, ist ja wulcht. Da ist halt nur 400.000 Trupps mehr, egal. Aber hauptsache ist was drauf. So, das werden wir jetzt auch. Auflassen, ja wunderbar. Relativ schnell. Ist ja auch noch viel drauf, ne? So, jetzt muss ich erstmal hier drauf. Wenn der jetzt fertig ist, muss ich erstmal da oben. Die Spinn umbringen, die geht mir um Keks. Das bedeutet jetzt, dass... Es geht nicht weiter kaputt jetzt, mein schönes Tiny. So, guck mal her. Das ist jetzt nicht mehr... Irgendwas kaputt geht. Also, ähm... Vom Material her. Sondern das ist einfach die Energie. Und dann schmeißt du die einfach wieder... In den Energiefutzel da rein. Und dann passt es schon. Wunderbar, ne? Wunderbar. Wunderbar. Da komm, ich muss jetzt mal hier ein bisschen aufräumen. Das lassen wir drin. Team Frame, das war auch drin. Pistens lassen wir drin. Das läge auch drin. Das lassen wir auch drin. Jetzt können wir hier mal... Bisschen wegräumen. Das steck hier jetzt auch mal hier drin. Brauchen wir ja vielleicht... Ich stehe auch da hoch. Äh... Schon drei hier, das ist doch doof. Es ist ja blöd. Starte zu... Nee, schmeiße. Starte zu. Transfer notes. Blutstone. So, jetzt haben wir das auch schon erledigt. Sehr schön. So, wunderbar. Wie sieht es da unten aus? Hier sieht es gut aus. Hier sieht es auch gut aus. Läuft alles. Gleich durch. Wunderbar. Der ist sogar nur durch. Wunderbar kann er nicht. Und den kann er auch nicht. Ziehen... Ziehen... Was? Ziehen aber auch. Kann er nicht. Okay. Das ist dann gleich hoch tun. Das ist wieder ein Stoff. Das ist ja auch manchmal so komisch. Manche Sachen können die. Manche Sachen können die nicht. Ich weiß auch gar nicht, was damit passiert. Und am Schluss... Gar keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, das muss mich dann hier nochmal durchjagen. Mit der Hand. Können wir hier oben auch mal ein bisschen reinwerfen. Wenn es ohne... Machen wir hier mal ein bisschen rein. Dann werden wir die ganze Geschichte... Wenn wir auch noch dann... Schneller machen. Oh, da ist auch nicht mehr viel drin. Alter, das wird Zeit, dass wir da was bekommen hier. Einfach viel zu wenig. Nehmen wir mal Stücke trinken, ne? Nicht vergessen. Also. Da ist nicht mehr viel. Die ist auch nicht mehr ganz voll. Die laufen auch hoch tun, ne? Oh, die brauchen sie gerade. Ja, gut. Jetzt laufen sie wieder leer. Weil die noch hier arbeiten. Der hat nichts. Dann können wir auch bald wieder auf... Tour gehen. Das geht auch viel zu langsam. Das ist dann... Wenn das dann richtig läuft, dann läuft das Ding mit geschnitten Brot. Wenn die Erweiterungen da sind, brauche ich aber noch ein bisschen Zeit. Das dauert noch ein bisschen. Unterschiedlich, unterschiedliche... Die sind ja auch unterschiedlich schnell fertig, glaube ich. So irgendwie. Sieht es aus. Das wird dann noch anfangen, mal werden, nach und nach. Ist dann mal... Wir werden anfangen, mal eine Query setzen zu müssen. Die wird dann auch mal Zeit werden. Früher, später brauchen wir die. Läuft ja nichts. Das kann ich mal kurz durch meine... Da kann ich mal kurz nach Bäumen gucken. So, da haben wir das erste Brückchen da wenigstens rüber. Ah, ja, die Bäume sind gewachsen. Sehr schön. Wenn wir die schon mal um die Ecke bringen. Ja, und erstmal hier kräftig der Hals brechen. Toll. Hier los. Dann kommt es dann jetzt dran. Ja, alles wegmachen hier. Alles hat kloppt. Das ist echt dürftig, dürftig. Ich brauche unbedingt diese großen Bäume. Weil sonst geht hier nix. Was ich jetzt noch gleich anpflanzen werde, ist... Hallo? Leck? Was mich auch noch traue, ist... ...unbedingt... ...die... ...dann soll es hier runtergefallen. Die, ähm... ...Gubilräume. Industrial Craft 2. Kommen wir dann auch bei Gelegenheit. Da ist noch hier Holz und Dings und... ...mastet gesehen. Und dann muss ich mir ein Plätzchen suchen, wo ich mal einen Baum von hinten bauen kann. Da im Haus machen wir es nicht, weil ich da ja den Platz brauche. Weil ich behalten will, wie andere Sachen dann. Also, wir machen mal Zeug jetzt hier. Ach. Ja. So. Noch mehr. Eilen. Schatz umgehauen. Ich hab's zu nah gesetzt. Einfach zu dicht aufeinander. Das ist doof. Ich muss dann mal wirklich auf Unterkundungstour gehen. Und muss mal die anderen... ...Bäume gucken, dass ich die irgendwo finde. Das ist echt blöd. Braucht die. Die kleinen Fritzelbäume hier hast du... ...kann Blut. Ich hab jetzt hier... ...naja gut. Zweieinhalb Stacks. Schon gut, aber... ...das bringt mich ja nicht viel weiter hier echt. Das heißt, wir sollen mal gucken. Wo wäre denn ein schöner Platz für so eine Baumfarm? Wollen wir mal schauen hier. Könnt ich die denn anpflanzen? Hier oben drauf irgendwo. Dann müsste ich schon mal ein anderes Werkzeug mal holen. Da könnten wir eigentlich doch schon mal anfangen zu... Baumfarm hin zu machen. Bräuchten wir mal das hier. Schmeißen wir mal ein. Schon wieder dunkel. Es ist ja nicht was. Es ist ja eigentlich nur dunkel. Und dann müssen wir auch noch... ...mit Tieren müssen wir auch noch anfangen. Die brauchen wir auch noch irgendwann. Ei. Es ist doch dunkel, hallo. Und geht doch unter. Ich seh's doch. Dunkel. Weil wir brauchen wieder Rohstoffe... ...und das und Cell und jenes. Ganz viel Zeug. Und vor allen Dingen große Bäume. Ganz wichtig. Große Bäume. Da. Dann machen wir jetzt mal ein Plätzchen für eine Baumfarm. Wo mache ich die denn hin? Hier hinten irgendwo. Hier hinten oben. Das sieht jetzt nicht so. Pläht aus. Das ist alles hier. Jetzt brauchen wir für eine Baumfarm ja richtig Platz, ne? Ja. Toll. Ja. Dann Clow der Fehler. Und geht er weg. Toll. Also müssen wir ja dann hier bleiben, ne? Da. Ja. Das werde ich mir. Ich muss das nur wieder auffrischen. Da brauche ich gar nicht so viel. Nur wieder auffüllen. Oder machen wir hier unten. Da haben wir noch mehr Platz, ne? Ah ja. Gucken wir mal das. Dann kann ich nämlich auch gleich das zum Auffüllen nehmen. Ja. So ist das dann. Dann kann ich mir von unten nichts auffüllen. Ja. So ist das dann. So. So. Hier ist ein bisschen Platz mal. Für meine Baumfarm. Jetzt kann ich jetzt hier hinlegen. Das ist doof. Wollen wir jetzt doch auf die Höhe haben, das wollen wir auf der Höhe haben. Ja, das muss ich jetzt doch wegmachen. wir haben jetzt letztens hier abgegrast den stein und so jetzt können wir abbauen jetzt erstmal schnell hier aufsammeln so dann können wir das hier auch noch weiter zubauen wir haben ja schon eine relativ große Ebene um ein bisschen was hinstellen zu können doch schon fleißig hat man so gar nicht interessant ist das gar nicht geworden das könnte bis lang ich hoffe das hier zwei sechs lang das könnte bis knapp werden jetzt mal hier reihe für reihe das hier wenigstens fertig ist hier können wir ja dann immer nur was holen kann ich knapp werden vielleicht könnte ich ja hinten noch ein bisschen was abbauen vielleicht muss ich sogar noch abbauen da kommt ja noch was zusammen da kommt ja noch was zusammen das ist schon was was man brauchen kann da sind auch noch Fische das ist ja relativ große Fläche schon kann ich ja noch ein bisschen aufpibbeln wenn man noch ein bisschen braucht aber irgendwie schmeckt das ja schon das ist ja noch mal noch mal das mal unten geht äh was ein Quatsch was ein Krampf da oja jetzt mal ein bisschen platz machen das sei es sei es wäre ganz gut könnte man gut brauchen um das hier alles abzuholzen ohne dass man da immer heran muss wie der letzte Depp aber ich habe keine noch nicht gebaut nicht nein wo und wo ja wo 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 Bis zum nächsten Mal.